Ihr wolltet schon immer ein richtig tolles Baguette zu Hause backen? Dann habe ich das richtige Rezept für euch. Ich habe hier jetzt ein wenig Mehl in der Schüssel, gebe dazu noch ein bisschen Salz. Das genaue Rezept wie immer unten in der Beschreibung und nochmal zum Schluss. Nun füge ich selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser dazu. Wie das geht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Und hier habe ich von meinem Lievito Madre die Reste vom Auffrischen. Wie ihr das ganz einfach selber macht, in nur 5 Tagen, erfahrt ihr zum Schluss in der Lievito Madre Playlist. Nun habe ich hier von der Herstellung einer eigenen Butter ein wenig Buttermilch. Geht natürlich auch mit der gekauften, aber ihr solltet das Video zu dieser besonderen Butter euch mal anschauen. Sie wurde fermentiert und wie genau, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Das sind jetzt 225 Milliliter, die hinzugehen. Wenn ihr Veganer seid, könnt ihr diese natürlich auch mit veganer Milch ersetzen. Das war es jetzt schon an den Zutaten. Ihr seht, kein Hexenwerk. Das Ganze geht jetzt hier in den Mixer. Ihr könnt hier bei den Mehlen selbstverständlich ein 405er oder 550er Weizenmehl oder 630er Dinkelmehl verwenden. Das klappt beides gleich gut. Wenn ihr gerne Vollkorn mögt, dann könnt ihr einen Teil des Mehles damit ersetzen oder auch ganz. Achtet dabei darauf, dass die Flüssigkeit dann erhöht werden muss, damit der Teig auch so schön weich und geschmeidig ist. Ich gebe das Ganze jetzt hier in mein Glasgefäß, decke das ab und lasse es bei Zimmertemperatur stehen, bis es sich verdoppelt hat. Dank Ligevitomatre und Hefewasser dauert das maximal 4 bis 6 Stunden. Und schaut euch das an. Dass die Schüssel trotzdem nicht hochgesprungen ist, der Deckel zumindest, das ist wirklich Wahnsinn. Und es geht auch sehr schwer auf. Da ist ordentlich Druck dahinter. Ihr seht, die Gefäße und auch das Equipment, was ich euch empfehle, die sind wirklich stabil. Wenn ihr wissen möchtet, womit ich gerne arbeite, schaut unten in die Beschreibung. So, und wenn ihr sowas habt, dann kriegt ihr die Ränder am besten sauber mit so einer Teigkarte. Hier einfach auf der Gummilippe einmal drangehen und hier das Ganze rüberschieben. Ihr seht, nichts geht verschütt, wir benutzen alles selbstverständlich. Und wenn das Übergequollene nicht gänzlich vertrocknet ist, dann könnt ihr das nutzen. So, ein wenig Mehl auf die Arbeitsfläche streuen. Seit einiger Zeit nehme ich hier diese Mehlstreuer. Die sind richtig praktisch. Wie gesagt, das Equipment unten in der Beschreibung. Den Teig gebe ich jetzt auf diese bemehlte Fläche. Und aus der angegebenen Menge machen wir jetzt zwei köstliche Baguettes. Ihr könntet auch drei kleinere machen. Ich finde zwei große perfekt. Wie aus dem Supermarkt, nur in lecker und natürlich länger haltbar. So, und nun werden wir so eine Art Laminieren machen. Das bedeutet, wir drücken den Teig jetzt ein bisschen flach und ziehen ihn auseinander. Nicht richtig so wie bei einem Sauerteigbrot, aber so ein bisschen. Und dadurch können wir nochmal ein schöneres Ergebnis später bei unseren Baguettes haben. Die Seiten klappe ich ein bisschen ein. Wenn das klebt, noch ein bisschen Mehl nehmen oder eben mit der Teigkarte da drunter schieben. Die Teigkarte ist wirklich super. So, und dann fest zusammenrollen und andrücken. Ich zeige euch das gleich nochmal eben aus der Vogelperspektive. Dann könnt ihr das nochmal besser sehen. Die meisten von euch sind ja gefühlt schon alle Profis und können das. Aber für all diejenigen, die hier neu sind, zeige ich euch das gleich nochmal anders, damit es dann einfacher für euch ist. Und wenn euch dieses Video gefällt und es hilfreich ist und ihr mehr köstlicher und einfacher Rezepte für den Alltag sehen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren und mir einen Daumen hoch geben. Ich freue mich riesig darauf und bin dankbar dafür, denn so kann ich wirklich wachsen und hier noch mehr Inhalte für euch bereitstellen. Okay, so, die Enden ein bisschen zuknipsen, das platzt euch sonst beim Backen wieder auf. Zeige ich euch aber auch gleich nochmal bei dem zweiten Stück. Nochmal ein ganz klein bisschen in Mehl wenden. Nicht zu viel. Das soll kein Mehlbaguette werden, sondern das soll wirklich nur so ein bisschen, ah, da war so ein trockenes Stück, das kommt weg. So, und nun könnt ihr das entweder auf ein mit Backfolie ausgelegtes Backblech geben. Ich nutze ganz gerne so ein richtiges Baguette-Blech dafür, weil ich finde, dass die Baguettes hier nochmal eine schönere Form erhalten. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Hier jetzt das zweite Stück. Auch das ein wenig auseinander drücken. Nehmt dabei nicht zu viel Mehl auf die Unterseite, denn ansonsten verschließt sich das gleich nicht so schön. Hier jetzt einmal von der Vogelperspektive schön dran drücken und auch hier wieder ein bisschen drehen, wieder dran drücken. Dadurch wird das Baguette automatisch länger bei dieser Art und Weise, wie ich das mache. Deswegen müssen wir gleich nochmal eben schauen, dass wir die richtige Länge haben. Das sind so circa 20, 30 Zentimeter bei mir geworden. Ich bin da ein bisschen nicht so genau wie mein Mann, der hat da so ein besseres Augenmaß. Aber ich persönlich würde sagen, das war jetzt so eine halbe Arbeitsfläche ungefähr. So, schreibt mir aber auch gerne nochmal in die Kommentare, wie es euch gelungen ist und vor allem, wie es euch geschmeckt hat. Ich bin ja tatsächlich ganz begeistert von den selbstgemachten Baguettes. Liebe das für ein schnelles Essen zu Hause. Man kann das variieren, quasi so als kleine Brute nehmen oder auch schön zum Dippen, zu einem tollen Eintopf. Einfach köstlich. So, und auch hier ein bisschen wieder rollen. Den Schluss mache ich dann auf meinem Backblech dann nach unten. Lasse die Baguettes nochmal circa 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen. Dann bemehle ich ein bisschen das Backblech. Nicht zu viel, wirklich nur so ein bisschen. Streue dann oben aufs Baguette noch was drauf. Und erst kurz bevor es in den Backofen geht, schneide ich die Baguettes einmal ein. Danach gehen sie in den vorgeheizten Backofen. Dank dem Mini-Backofen, den ich nutze, muss ich maximal eine Minute nur vorheizen. So, und hier gucken, da sind noch so Seitenteile für so einen Spieß, den man da reinpacken kann. Einmal kurz hochheben. Wasser drüber sprühen. Dann schon einfach hier zumachen. Und ungefähr 25 bis 30 Minuten später habt ihr dieses köstliche Ergebnis. Guckt euch das mal an. Die sind toll knusprig außen. Und ich zeige euch selbstverständlich auch, wie die von innen aussehen. Hier, das typische Muster durch dieses Baguette-Blech. So, einmal schön anschneiden. Und ihr habt jetzt gerade vielleicht diese weiße Creme gesehen. Das ist die selbst hergestellte fermentierte Butter. Das ist etwas ganz Besonderes. Mein Mann sagt, das hat so eine Struktur wie Creme Fraiche. Ich persönlich finde, es ist eher wie so eine Joghurt-Butter. Probiert das unbedingt mit diesem Baguette aus. Traumhaft lecker. Und schaut mal, wie fluffig das Ganze geworden ist. So, ich schneide jetzt hier nochmal ein Stück raus. Kurz fokussieren, damit ihr es auch besser seht und nicht so verschwommen. Schön mit den Fingern aufpassen. So, guckt mal. Das ist eine schöne, feine Purung, genau wie wir das haben wollen. Und so könnt ihr eure Reste vom Sauerteig oder vor allem jetzt hier auch den Lievito-Matre perfekt aufbrauchen. Und schaut mal, mit dieser köstlichen Butter schmeckt das Baguette noch doppelt so gut. Hier sind weitere Videos für euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Ich bin bald wieder zurück. Eure Emma